Heute spielen wir zusammen mit Pokémon Tutorial TV Pokémon Insurgents in der Randomizer Edition. Wenn ihr mehr Folgen hiervon haben wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, warum ihr Bock auf das Projekt habt. Damit ich weiß, okay, lohnt es sich das Projekt hier weiterzuführen für euch? Oder wollt ihr einfach nur ein paar Folgen hier reinschauen? Schreibt das gerne in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben dafür da. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Projekt. Willkommen zu Pokémon Insurgents, okay? Das ist die Version, das interessiert jetzt gerade keinen. Traditionell oder Dark Story? Geh mal die Info rein. Traditionell Story ist eine Storyline mit den Pokémon. Okay. Okay, Dark Story ist eine darker Storyline. Charakter will die on screen. What? What? Okay. Also wir nehmen, glaube ich, mal Dark. Ich glaube, Dark ist so ein bisschen interessanter. Okay. Wir sind dunkel und böse heute. Okay, wir nehmen mal die Dark Edition. Falls ihr Lust habt, dass wir mal den Anfang der Traditionellen mal irgendwann zeigen sollen, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich glaube, das ist auch sehr interessant. Okay, was ist... Warum ist denn das eine Wasser ein bisschen dunkler als das andere? Äh, ja, I don't care. Sieht cool aus. Oh, das ist ja echt schön. Die Map, die Map gleich mal so... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das sieht... Das sieht echt... Das sieht... Das sieht echt schön aus. Das haben sie echt gut dargestellt. Okay. Es sieht leider ein bisschen leer aus. Ich glaube, das wird sich jetzt im normalen Spiel dann anders. Ich glaube, die konnten einfach nur nicht so viel darstellen jetzt. Okay, was ist denn da... Also, sowas habe ich noch nie gesehen bei einem Pokémon-Spiel. Hä? Lol. Krass. Torren Region. Okay. Ich glaube, unser Englisch ist beide nicht so das krasseste, aber wir versuchen es mal zu übersetzen. Ein Jahr zuvor in der Torren Region. Okay, danke, dass ihr alle gekommen seid. Oh, oh, wir leben in einer dunklen Zeit, meine Freunde. Interessant. I'm very close to the recently before I lost her. Okay. Auch die zwei... Was sind das? Riho... Nee, Rizorossen. Das sind Rizorossen. Die kenne ich, glaube ich, noch aus den Alphroinen, so wie das aussieht. I'm a student, a servant with a desire to protect this people. Okay. Er redet von einem jungen Held, dessen Herz dafür gebrannt hat, uns alle zu beschützen. Tja. Aber ich finde es lustig. Guck dir mal die Charakter da unten an. Ich sehe einmal so einen eigentlichen Smaragd-Dude. Ich sehe einen, der sieht aber nicht aus wie viel aus Pokémon Diamants. Ich glaube, die sind alle so aus der vierten Generation so entnommen. So die kämen... Vor allen Dingen, da kennst du es am Käfer-Sommler. Also so die Sprites. Die sind alle aus der vierten Generation. Evil-Teams-Organizations. Okay. Es geht um Religion, um Kulte, um Kulte Sachen. Interessant auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt die übertriebenste Edition wahrscheinlich ausgewählt hier. Die Dark Side. Aber ich finde es interessant, dass es eine traditionelle und eine Dark Edition gibt. A week ago, you went searching for one of the remaining Kults. Und wir müssen natürlich berechnen hier, das ist immer noch ein Jahr zuvor. Ja. Also er hat sozusagen noch nach so einem dunklen Kult oder nach einer dunklen Religion gesucht. Und ist immer noch nicht zurückgekehrt. Und die gehen wohl wahrscheinlich davon aus, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Aber er meint, nein, der ist nicht tot. Dieser Augur. Ich glaube, Augur ist dein Name oder ist das irgendwie eine Art Rang? Ich glaube, das ist eher ein Rang, weil er sagt, er sollte der Zweite sein. Also der Vize. Deswegen gehe ich von aus, dass das eher was zu tun hat mit einem Rang oder sowas. Okay, er möchte auf jeden Fall nicht... Long live the Toral Region. Long live... Long live... Nein, also er hält Reden vor fünf Personen so ungefähr. Okay. Would you like to do a challenge run of this game? Lock or similar? Boah, wollen wir eine Lock machen? Nee, 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 kein Challenge run, würde ich jetzt sagen. Das ist jetzt übertrieben. Ich meine, wir spielen ja jetzt schon die Darker Version. Wir können das ja bei der normalen Version mal machen, oder? Lock oder nicht? Ich bin gerade echt schon heiß drauf. Ich glaube... Ah, ich weiß nicht. Eine Lock wäre schon lustig. Ja, na gut, dann mach. Wenn du willst. Okay, Lock. What kind of Challenge run would you prefer? Oh Gott. Oh mein Gott, gibt es da viel auszuwählen? Verdammt. Choose the settings. Kann ich hier einfach rein... Oh. Das ist ja natürlich krass. Wir können randomized machen. Ja, da bin ich natürlich tot dafür. Randomized können wir machen. Wanda Challenge, Iron Man Challenge. Das ist ja echt krass. Eine Egglog gibt es sogar. Wir machen einfach mal nur randomized. Okay. In a randomizer status to wild Pokemon as well as trainers, Pokemon randomly selected from all Pokemon available in the game. Ja gut, dann machen wir das so. Start playing through the game once with some... Mmh... Do I see a team to play with? We will not be able to access many online features like trading or battling if you select this. Ah, es gibt online features hier drin. Äh, wollen wir? Ja, also an sich... Oh, es ist interessant. Wir machen das einfach. Komm. Ich bin echt gespannt. Alter, krass. Dieses Game ist ja ultra flexibel irgendwie. Krass. Oh, fang Assius. You're not gun just yet. Okay. You need to stay focused. Guck mal, ich kann hier sogar den Speed einstellen. Ja, mach mal den Speed auf jeden Fall hoch. Äh, nee, das ist eine Taste, die ich einfach drücke. Cool. Oh, unser Name. Unser Name, den müssen wir natürlich eingeben. So, das ist Zerlo. Auch sehr cool, dass ich das easy jetzt auch mit dem, mit meinem, äh, mit meiner Statur eingeben kann. Das ist echt, das ist echt schön, muss ich sagen. Was macht das alles noch ein bisschen chilliger? Oh, wen nehmen wir davon? Der Mitte spricht mich so mit der Meister, muss ich sagen. Passt auch sehr, sehr schön zu dem Ganker-Hintergrund. Also entweder links oder der Mitte, den rechten würde ich nicht nehmen. Also ich würde auch bei der Mitte bleiben. Mitte, ne? Ist so ein gutes Mittelstück von allen. Ja, vor allen Dingen die Lina gefallen mir. Oh. Lo- Was? Wir haben einen Albtraum oder was? Ein Ganker? I sent someone to fend and- Oh. You need to wake up. Oh, sonst kriegen wir einen Albtraum gleich oder was? Ja. Oh, loll. Die sind aus wie Dark Reis. Okay. Alter, wir sind gefangen. Äh, die wollen unsere Gedanken löschen gerade. Das ist interessant. Okay, was ist der da? How is your, uh, our youngest prisoner of air? Oh, lo, wir sind einfach in einem Gefängnis. Sie machen Tests an uns. Ja, die wollen unsere Gedanken... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott. Die Dark Version fängt also sehr gut an zu wirken. Wer sagt, die Rituals tun? Oh Gott, das sind die okkulten Leute wahrscheinlich, oder? Ja, geh von aus. Rituelle Sachen. Oh, oh, oh. Und sie wollen natürlich diese Sacrifice nicht missen. Das, äh... Äh, Alter, das ist ja echt krank. Okay. Alter. Kill them auf... Lol. Alter, wenn unsere Gedanken... Weglaufen. Waren wir getötet? Oh Gott. Will das gar nicht zu kill them? Äh... Okay, also sie fragen sich, warum wir sie unsere Gedanken löschen? Ja, genau, also... Und uns dann zu killen. Das macht ja echt auch keinen Sinn, ne? You know... Oh, okay. Aber sie sollen... Wir sollen... Also sie sollen keine Fragen stellen, scheinbar ist der Chef oder die Chefin sehr, sehr... Wüten. Ja. Nicht zu spaßen. Und jetzt? Was macht das Gäng, Alter? Das macht einfach Traumfresser, oder was? Kannst du dich bewegen? Oh, wir machen grad Geräusche. Lol. Okay. Miau! Miau, sag ich auch. Miau. 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 Das hat's so wie Jaust gemacht, deswegen. Der Gang has gone. Go follow me, you. Get out of here and never look back. Ah, nicht follow. Follow me, you. Oh, was? Erstmal wieder schlafen gehen. Häu, scheinbar können wir jetzt doch hier raus? Hä? Okay. Mit Speed sieht das so aus, das ist auch schon krass. Ja, komm mal. 1,410 können wir nicht. Wir können direkt mal gucken hier. Was gibt's hier? Potion? Krass. Ah, aber cool. Du siehst auch in der Oberwelt, ne? Wie die Schränke sind und so, ne? Das ist cool. Ich glaub, mit dem Spiel werden wir echt viel Spaß haben. It's a book that reads the cults of the Tauren region. Would you like to read it? Okay. Es gibt mehr. Der hat 5 cults. Cult of Darkrai, Abyssal cult, Infernal cult, Sky cult, Intergroup Simple cult, Perfection. Perfection ist wahrscheinlich jemand, der, also die auf Arceus und sowas geben wahrscheinlich, ne? Ja. Die Perfektion. Aber wir sind ja jetzt bei dem Darkrai-Kult, soweit ich das jetzt gesehen hab, ne? Weil wir sahen schon echt heftig danach aus. Oh, die Musik ist auch sehr interessant. Hörst du die Musik eigentlich? Ne, die Musik hör ich nicht, aber das ist nicht so cool. I chose you to help you out of this mess due to its special abilities. Oh mein Gott, Leute. Das sieht echt krass aus. How are you? Unlike this to me, you can transform someone as you as well, okay? If you can find DNA, you can disguise you as someone else. Okay. Also, wir müssen... Krass, wir müssen die DNA von jemand anderem besorgen. Wenn wir das schaffen, können wir nämlich uns in den verwandeln. Ja, bis jetzt können wir aber hier... Oh, was ist das denn? Sumpfgebiet? Giftgrüne Suppe, wie du... Okay, was ist das? Ab Blatt. Okay, okay. Das ist eine DNA. Ja. Miu, kannst du... Kannst du... Ah. Transform. Ah, nee, nee. Transform. Ah, ich drücke immer so schnell. Du bist immer so schnell. Ja, gut. Lol. Oh, krass. Wir sind jetzt einer von denen. Das ist richtig gut. Okay. Das ist richtig gut. Dann können wir wahrscheinlich auch da runter. Hier. Nein, 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 nein. Ja, genau, genau. Hä? Denkst du nicht, dass wir hier oben weiter müssen? Ach, hier kamen wir her, oder was? Ja, also hier, oder? Aber wir können sie anlocken jetzt als, äh... Na klar. Da können wir das aber auch im EG machen, oder? Shouldn't you bet getting ready for the sacrifice along with everyone else? Okay, okay. Was können wir machen? Die unten die Türen öffnen. Schon, ne? Im Basement. Ich glaube, wir schauen mal ganz kurz nach. Vielleicht gibt's da wieder Items. Das könnte sein, ne? Ja. Ah, mit dem Fingerprint ist es gelockt. Krass. Also, mit Fingerabdruck kann man da rein. Und weil wir halt jetzt, ne, die Transformation haben... Das erinnert mich... Das erinnert so ein bisschen an die Cisco. Gleich am Anfang, ne? Hm. Ey, das ist ja echt geil. Wow. Also, bisher muss ich sagen, das Spiel sieht echt interessant aus. Sehr interessant. Es ist interessant gemacht, vor allen Dingen, ne? Weil viele Techniken so jetzt mit dem Umwandeln auch... Geh hoch. Ja. Da liegt auch noch... Auch ein Grund, warum ich den guten Pokémon Tutorial TV dabei hab. Er ist nämlich, äh... Er kennt sich auch genauso wie ich sehr gut mit, äh... Äh... Fangames aus. Ja. Ne, wir beide sind, glaub ich, sehr, sehr gut spezialisiert mit Fangames, so in der deutschen Szene. Und ich glaub, wir sind... Oh, ne, wir wollen nicht... Ne, 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 warum auch immer. Aber ich kann nach vorne... Ne, doch nicht. Weil ich hab grad nach vorne geguckt und hab mit ihm geredet. Auf was ich jetzt zurück wollte, ist, äh... Wir sind, glaub ich, sicher, wenn ein Hack gut ist und wenn nicht, so. Und bisher muss ich sagen, es ist echt interessant, wie er sich jetzt schon von anderen Hacks abhebt, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, du hattest halt am Anfang ungemein viele Customization-Möglichkeiten, dass es immer so cool ist. Oh, ich muss chillen aus. Alter, wir reden nicht so viel mit Mew. Was geht denn hier ab? Geh mal vor. Okay, die Jungs, gar nicht, dass ich Mew habe, scheinbar. Lass uns... Okay, ich glaub, ich geh mal ganz nach vorne. And so we begin. Miss, please, you can't do this. I don't want to die. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Ja, der... Die Opfer, den... Hast du doch gesehen, oben war... Also ich dachte, ich dachte halt, sie wollte uns opfern am Anfang, aber scheinbar... Jetzt geht er drauf, wahrscheinlich. Einer von unseren Mitkameraden, so gesehen. In return, I offer you the soul of this loyal servant. Alter, das ist ja echt krank. Das ist ja richtig krank. Voco Virtutum, I'm Beren, Dominum. Und tschüss. He's gone. Lol. Ein Set? Wahrscheinlich das Symbol von der... Organisation, ja. Das könnte sein. Jetzt blinkt das 5000 Mal noch. Ist er jetzt endlich tot? Ah, guck mal, der ist da frei. Das ist ein Blutchen verkehlt. Da ist es. Ah ja, tatsächlich. The Lord of Nightmares. You're the great balancer of the world. Okay, deswegen nutzen die auch Gengar, wegen den Albträumen, ne? Genau. Macht schon Sinn. Okay. Jetzt frage ich mich aber, hat er uns jetzt... Also was... Warum konnten wir uns unseren Träumen an uns erinnern jetzt? Warum konnten wir in unseren Traum so gesehen uns selber einen Namen geben und alles? Waren das die Bösen, die das noch irgendwie erlaubt haben oder... Weswegen? Will you... Oh. Oh, die wollen mit... Die wollen, dass Darkrai ihnen folgt. Tja, wahrscheinlich... Darkrai so, nö, kein Bock. Und sie hat wohl eine Schwester, die Darkrai ihn gerade so ein bisschen preferrt. Wahrscheinlich ein anderer Kult, wahrscheinlich. Ja, und da ist es abgehauen. Wie mir schon... Well, isn't that just lovely? Gone off to Salen City. Oh. What a waste of a grunt, hat er gerade gesagt. Hat sie gerade gesagt. Krass. Miss Peace, I'm confident that if we had another try, we could trap Darkrai here. Leute, sie wollen ihn fangen. Krass. Ich dachte, die wollen mit ihm so... Keine Ahnung. Zusammenarbeiten. Aber sie wollen ihn scheinbar echt einfangen. Das ist ja krass. Ich dachte, das ist Darkrai-Kult. Feuer Blast. Oh, die beiden sind tot. Oh, jetzt waren sie schon ein Prisoner. Ja, das ist natürlich cool, dass sie jetzt ein Prisoner will. Das bringt ihnen nur nicht viel. Der ist nicht mehr da. Oh, die bewegen sich sogar. Dann geh mal da zurück, ne? Am besten, weil du kommst ja jetzt nirgendwo sonst weiter, ne? Weil alle Wege sind ja blockiert. Hier unten waren wir... Warte mal, hier links noch irgendwas vielleicht? Ne, halt, geh mal da nochmal rechts runter. Da war doch der eine, der das blockiert hat. Genau. Ja, hier, hier. Genau. Oh, Shade-Frobs, wir sind draußen. Wir sind draußen, Leute. Wir sind draußen. Oh mein Gott. Und wir haben halt ein Milieu, ne? Aber... Geh mal durchs Gras. Ich wollte gerade sagen, geh mal durchs Gras. Vielleicht kommen ja wieder Poma. Loil. Level 65. Äh, hebt ihr mal die Attacken am besten auf. Weil... Krass. Erfahrungspunkte. Wir haben gerade ernsthaft zwei Erfahrungspunkte bekommen. Ich meine, das war ein Oddish. Ist das so randomised jetzt, oder? Ja, ja, klar. Hast du ja... Weil Oddish wäre jetzt hier schon ein normales Pokémon, meiner Meinung nach. Ja, Oddish schon, aber doch kein Jilat-Dingsbums. Ja, okay, okay. Jetzt wärm wir schon, das ist ein bisschen randomised. Äh, okay, geh mal raus. Thelothorn. There's a small flute and another note in Mew's hands. Quarz flute, okay. Und was bringt die? Ah, das sagt er auch jetzt. Das ist für gleich herauszuhalten. Ah, ah, ja. Let's you call upon Mew when needed. Okay, to use it, go into your back and even use it directly or register it. Good luck. Okay, also das ist... Also Mew haut jetzt ab, aber... Krass. Was ist das? I could swear I saw Mew here just now. Did you see it? A tiny pink Pokémon. It was floating really close to you. Nö. Oh, I could swear I... Übrigens sieht man Mew ganz leicht noch im Hintergrund, ne? Wenn du mal so genau guckst. Das versteckt sich gerade, ne? Mmh. Genau, das versteckt sich einfach hinter uns. Krass. My name is Damien. I'm an aspiring Pokémon Trainer, okay? And you are solo? Got it? Ich dachte, es wäre so ein alter Mann, aber scheinbar ist es etwas jünger. Er sieht nur ein bisschen, äh... Okay, äh, der Augur kommt heute. Der Augur sieht aus wie so der Lord irgendwie. Who der Augur is, right? Ähm, nee, wissen wir nicht. How could you not? Have you been living under a rock? He's the guy who protects the region. He's my biggest hero. Ich bin nicht wirklich unter dem Felsen, wenn du so willst. Wir sind ja gerade aus der Rülle rausgekommen. Ah, das war schon lustig, ja? Okay. I know, why don't you help... Okay, okay. Wir sollen in die Town Hall gehen. Haben wir überhaupt Pumon? Das Ding ist, ich will erstmal die Flöte registren. Die konnte ich ja hier registren, stand da. Auf welchen Trast noch immer. Jumpstude haben wir. Warum haben wir... Okay. Warum haben wir einfach so einen Jumpstune? Cool. Was doch immer cool ist. Ja, wahrscheinlich musst du auf Q drücken, dann aktiviert sich das. Oder? Nee, ich muss jetzt nicht. Schade, ja, muss ich einfach so ausführen. Passt schon. Ähm, das ist wahrscheinlich die Town Hall. Okay. Okay, wir ein Bild von ihm machen. Okay, passt auf. Small Region, blablabla. Oh, das ist toll. Weißt du, was ich cool finde? Wenn ich den Speed einstelle, dann wird der Sound nicht lauter. Die Musik ist immer noch gleich. Die wird nicht schneller. Ach so, ja, das kennt man ja von anderen Spielen, wo dann die Musik mehr so schnell wird und so komisch anhört. Aber das ist schon mal gut. Okay. Find a rare stone. Ah, one of the caves in the forest. Of course, you need the Pokemon to go safely. Not a chance. Damien is not ready to get a Pokemon. He is still just a child. Okay. Deswegen würdest du uns doch lieber bestimmten Pokemon geben, oder? Ich verstehe. Pokemon is running into social and you can't even... Also, die regen sich gar nicht an. Das sind die Eltern von Damien. Und Damien steht ja vor uns. Das war ja der Typ, den wir oben getroffen haben, ne? Genau. Okay, wonderful. Und die wollen uns wahrscheinlich jetzt ein Pokemon geben, weil Damien noch nicht bereit ist. Let's go. Keine Ahnung. Ah, okay, okay. Also, wir sollen zusammen ein Pokemon holen, weil er nicht alleine rumlaufen kann. Okay. Also, wir sollen zusammen... Wo das Pokemon Labor ist... Ja, aber wahrscheinlich runter irgendwo, ne? Ja, ja, hier. Ja, ja, ich höre schon eine Musik. Ist das wie in Neuborkia, oder was? Oh, mein Gott. Mensch, erst dann fängt das Ding. Ja, ihr kennt das alle. Also, er ist halt ein Eboli gekommen. Ich will kein Eboli! Ich will was anderes. But there's no reason for these Pokemon to die. Warte! Haben wir jetzt schon den ersten Mord hier? So we can go into the forest safely, okay? Was ist das mit dem? Ist das wie Giovanni? Ja, sieht irgendwie wie Giovanni aus, ne? Ah, und die Professorin heißt Silvan. Okay. Das gibt's, okay. Also, ne? Wir wollen das auch nicht alles übertrieben vorlesen. Wir wollen das eigentlich alles nur durchlesen. Und uns dann selber so ein bisschen... Wir verstehen ja halbwegs selber, was wir machen müssen. Wir müssen gleich in den Wald gehen. Zu einer Ruine. Und dann Stein holen. Also, wir werden jetzt nicht alles vorlesen, aber wir werden zumindest immer versuchen, schnell alles drüber zu lesen, um schnell halt herauszufinden, was wir machen müssen. Um es euch dann auch ein bisschen zu erklären. Weil ich glaube, das ist am sinnvollsten. Einfach so ein bisschen, äh... Ja... Oh, warte mal. Have you ever heard of something called Delta Species? Nö. Was jetzt nochmal... Bevor ich jetzt was weiter hier mache, äh... Ich wollte damit sagen, wir lesen uns das durch und versuchen es euch so ein bisschen wiederzugeben. Leider ist... Was jetzt interessanter ist... Leider wollte ich gerade sagen, ist unser Englisch nicht so genial. Also, bitte... Wir bitten uns das zu entschuldigen im Prinzip. Weil, ähm... Wir halt nicht so geil in Englisch sind. Übrigens stand da auch noch vorhin, ähm... Dass derjenige, der gerade da war, der Leader vom Kult der Perfektion ist. Also... Ah, okay. Deswegen ist er auch gerade abgehauen. Und dann er... Dann hat unser Rival so... Ja, warum machst du das, Professor? Die sind doch voll böse und so. Und da hat er jetzt einfach drei Pokébälle hingelegt. Wahrscheinlich, weil wir Randomizer genommen haben, ne? Einfach aus dem Hintergrund. Und jetzt können wir natürlich, äh... Pokémon davon auswählen. Ne, wir können auch normalerweise... Können wir auch Pokémon auswählen. Er kriegt nur ein Evoli, scheinbar. Aber wir dürfen Pokémon auswählen, scheinbar. Äh, was ich sagen wollte. Ist sowas Wichtiges wie Delta Species, werden wir natürlich vorlesen. Aber... Und wichtige Sachen, so Background-Informationen zu der Story, werden wir erstmal nur, äh... Halt... Bisschen, äh... Nachdem wir es durchgelesen haben, nochmal wiedergeben halt. Das ist ein random Punkt. Was? Latias! Lol! Rufflet. Und Seekeng. Nimm Latias, Dude! Also... Ich nehme natürlich Latias. Also, ja. Was ein Lack, der Dude hat, hat der Eimermann Latias. Komm Daniel, das bist du. Lol. Alter, auf einmal kann ich nur Spotify... Daniela, nein! Das wollte ich nicht. Oh, Alter! Nein, das auch nicht. Ja, komm. Daniel. Was das mich interessiert, ist, dass das jetzt auch eine Delta Species hier ist. Weil eigentlich haben wir ja Delta Glomander, Delta Shiggy und Delta... Äh... Bulbasaur hier. Okay. Das ist... Aber jetzt haben wir... Scheinbar ein Latias. Haben wir ein normales, oder ist das jetzt auch speziell? Interesting. Oh, ich bin gespannt. Vegardium! Hä? Du hast mich komplett... Flaxen. Psy... Äh... Das Problem... Weißt du... Psy Wave... Oh, oh. Weißt du, was ist das Problem am Psy... Psy Wave ist? Das macht immer unterschiedlich viel Schaden. Oh... Wir haben keine guten Attacken gerade, ne? Aber guck mal... Aber uns wird immer angezeigt, wie viel, äh... Die Statisten da sind. Das finde ich cool. Attacke ist gerade, äh... Gedrittelt worden, einmal. Okay. Aber wir wissen die mit dem nächsten Hit haben. Deswegen... Also, net wundert bei den Zuschauern, das zieht jetzt deswegen immer unterschiedlich viel ab, weil das der Effekt von Psy-Welle ist. Und wir haben keinen anderen Angriffs-Move, leider, ne? Aber was ein Glück, kriegen wir voll viele Erfahrungspunkte. Das war halt Meganium, ne? Das Problem ist halt, wir haben keinen gescheiten Move. Und wir müssen dringend ins Bowman-Center, weil wir vergiftet sind, ne? Ja, aber wir sind ja keine Nassdok am, äh... Spielen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Okay, Rairstone, okay. Aber wir haben einen Latias am Anfang bekommen. Okay, what the fuck. Das ist schon krass. Seaking wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen. Aber, ja. Das ist schon cool. Ich hätte auch liebend gern diese DNS-Bugball, die DNA-Bugball gesehen, aber... Zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei... Ah, er survived. Perfekt. Ach so. So muss das sein. Jetzt liegt einfach ein Latias mit uns her. Ich komm nicht auf mein Leben klar. Du hast so einen Lack, ey. Du hast so einen Lack. Beziehungsweise, wir haben einen Lack. Alter, Latias, gleich mal First Pick. Ja, ne? Das ist schon ziemlich gut. Okay, wir müssen wieder in den Wald, ne? Da wartet der Dude wahrscheinlich auch auf uns, oder? Gehst du von aus? Ah ja, wir müssen aber nach links. Ich glaub schon. Oh! Was ist das denn? Lego. Das ist ein... Wir sind Kogon, glaub ich, in DNA. Oder? Hast du überhaupt Bälle? Äh... Geh mal auf Back und guck mal, ob du das Pummen fangen kannst. Ne. Ja, dann besieg's halt, ne? Das wüssten anders machen. Schade. Äh... Waterspots sind keine... Ah! Sorry, man. Das ist nicht Watergun. Ich dachte nicht mehr auf... Ich dachte nicht mehr auf Cyberf drauf. Ne, ich dachte nicht mehr auf der anderen Attacke drauf. Deswegen war ich gerade ein bisschen, äh... Wie viel zieht das ab? Sie... Oh, Sie müssen sich Erfahrungsmacht haben. Das ist so viel. Da drüben ist noch so ein Buch. Das holen wir uns gleich. Ah! Dexnav. Was ist der Dexnav? Das ist noch ein Trang? Das sind... Aber die Eises sind immer alle so angezeigt scheinbar. Krass. Ah! Guck mal, von... Pamplivian-Vorentwicklung. Äh... Der ist Dark. Wir müssen fliehen. Oh, oh. Wir müssen fliehen. Wir haben gar keine Chance. Krass. Das ist das Problem. Wir sollten uns vielleicht... Wir kriegen einfach DNA-Pokemon hier. Oh, fuck. Jetzt hat uns der gesehen. Das ist natürlich schlecht, ne? Medize. Oh, oh. Hoffentlich. Das ist kein Dark-Typ. Was heißt das? Ne, ich glaube eher Fee. Oder? Oder Kampf? Ne. Ist ja schon Kampf. Aber... Krass. Wir haben einfach... Das finde ich cool, dass die so neue Pokémon drin haben. Die auch cool aussehen, weißt du? Wir müssen auf jeden Fall uns Sachen... Geben mal ein Pomo-Center, äh... Das ist so ein Markt-Typ. Bestimmt. Ja, ja, genau. Vielleicht aber kurz... Wo war... Ist unser Kollege irgendwo hingegangen? Ich habe keine Ahnung. Pokebälle halt nur kaufen. Keine Ahnung, aber ich denke, der ist da hochgegangen, wo halt vorher der Weg blockiert war, ne? Da war der Weg blockiert? Das habe ich gar nicht gesehen. Da waren so Baumstümpfe da. Da konnten wir, wo der Decksnach lag, gar nicht lang gehen. Äh... Wir haben nur zwei Pokebälle, da kannst du keine Rappel mehr kaufen, ne? Okay, dann... Ah, okay. Dann lag's ein... Okay, gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall durch den Wald. Das stand ja schon vorher fest. Ähm... Oh! Die Pokémon sehen alle voll komisch aus. Teilweise interessant, teilweise irgendwie... Weird, ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist echt... Ah! Aber doch schon sehr... Ich finde die doch schon lustig, muss ich sagen. Weil der Latios braucht dringend... Oder der Latios braucht dringend eine Attacke, ne? Mhm. Du solltest echt ein wildes Pokémon fangen, weil die sind ja alle... Oh! Schimpcher. Du, Justin, du solltest dringend wilde Pokémon fangen, eins. Weil wenn wir einen Dark-Typen haben im Kampf, haben wir keine Chance mehr, ne? Ja, ja. Ich muss jetzt echt irgendwie was fangen. Irgendwas fangen. Ist egal was, aber hat gesagt, du fängst jetzt ein Wildes-Pokémon. Genau, wir fangen jetzt einfach mal ein Ibiza-Level 3. Ich würde schon gern... Was ist... Das ist ein Geist-Pokémon. Das ist eigentlich ganz gut. Aber bringt uns... Oh! Das ist ein Dark-Typ. Äh, fangen am besten. Das sieht interessant aus. Ich bin nochmal gespannt, ob der Poeball wird. Na, natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt natürlich... Äh, Geist-Tark wahrscheinlich sogar. Ja, würde ich jetzt auch tippen. Ah, schade. Oh, oh, oh. Oh, Bitze. Bitze bleibt drin. Bitze. Der erste Ray gleich am Anfang. Oh, nein. 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 Wie? Wie konnte Lathias nur gegen Schlecker sterben? Aber das muss ich auch sagen, sah nicht mit am coolsten aus. Am coolsten sah das eine Pokémon aus, das direkt am Anfang hatten. Das Dark-Pokémon. Oh Gott. Äh, vielleicht fängst du... Äh, vielleicht fängst du... Krass. Warum fängst du das nicht, Mann? Ich will gerne ein DNA-Pokémon haben. Achso. Oh, da, da, oh, da, vielleicht ein Dark-Typ. Du bist ein DNA-Pokémon. Okay, 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 alles klar. Vielleicht fangen wir auch einfach ein Dark- Na, vielleicht auch nicht. Äh, die Funk-Foot ist drei, wo gibst du, ne? Einen werfen wir noch, einen werfen wir noch. Und dann ist das Ende. Aber lustig, dass wir einfach ein Dark-Typ hier auf der Route ja geben. Machen wir noch einen Premier-Ball. Komm, versuch noch den Premier-Ball. Okay, und danach... Auf einmal, komm, 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 bleib drin. Das bleibt drin. Das ist der Premier-Ball, das bleibt drin. Komm, 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 komm. Oh. Nicht veransatzweise. Nee, das hat er einfach so richtig gefangen. Ja, der hat auch, glaube ich, einfach nur Disabled drauf. Also wäre es gar nicht mal so nützlich gewesen. So nach dem Motto, guck, ich bin das mächtigste Pokémon der Welt. Ich kann deine Träume fressen, aber ich kann nur deine Attacke fressen. Gibt es hier einfach alle Pokémon scheinbar auf der Route, weil ich habe noch keins doppelt gesehen hier. Jetzt, wo du es sagst, bis jetzt habe ich tatsächlich auch noch keins doppelt gesehen. Komm, wir haben erstmal noch einen Trainer-Kampf hier, oder? Teddy-Ursa. Nee, noch keins doppelt. Krass. Ach, guck mal, wenn wir in der Nähe von dem Trainer sind, blinkt das so ein bisschen auf hier. Dann werden die Kanten oben ein bisschen dunkler. Jetzt wird es nicht so geil, weil das ist nämlich Psy-Typ und Psy-Typ. Ja, wir haben beide Psy-Wave und Psy-Beam. Interessant. Vielleicht Level Up. Oh, Start-Power. Ja, ja, ja. Watersport. Hier ist der Text, Jugga to Start-Power, Demorges. Was ist denn Start-Power? Warte mal, gehen wir nochmal runter auf die Attacke-Beschreibung. Ich probiere es einfach gleich aus, komm. Irgendwie kommt mir das genauso wie Psy-Wave vor. Ja, es ist genau wie Psy-Wave, oder? Nee. Ah, ich weiß, was es ist. Ähm. Kraft. Irgendwas Kraft. Ähm. Net-Kraft-Reserve. Net-Kraft-Reserve. Es gibt so eine Attacke, dass, wenn du Statuswerte erhöhst, dass die Attackenstärke um 20 ansteigt. Ich glaube, das ist die Attacke, soweit ich weiß. Die ist gar nicht so schlecht. Plus, das Problem ist, wir können unsere eigenen Statuswerte noch gar nicht erhöhen. Ja, ist ein bisschen blöd. Soweit ich weiß, ist das eine 20er-Attacke. Am Anfang. Ah, okay. Es ist halt dämlich, dass wir... Ah, da liegt ein Superbetrink. Den hier ist... Den hier ist taking it easy. Wir schauen uns gleich bei den Decksnaven noch an. Ähm. So. Potions? Ja. Perfekt. Ähm. Fangen wir jetzt noch? Hast du gerade ernsthaft einen zweiten Drang für einen Kfee eigentlich? Ja, ich habe ausgeschlossen... Ich dachte... Das Ding ist, ich habe leider die Tastenbedingung noch nicht so gut gesetzt. Komm, fang die Tropie. Ja, fange ich auch. Äh, deswegen ist es noch ein bisschen buggy. Ich muss noch klarkommen, worauf ich B gesetzt habe. Ich habe ausgeschlossen nochmal A gedrückt. Weil ich A auf zwei Tasten gesetzt habe. Nein! Hey, Smartkip wurde gefangen. Das Ding jetzt ist, ich möchte gerne für Mudkip, äh, bevor wir jetzt hier weitermachen, ähm, ich möchte ja gerne meine, meine Leute, die, ähm, zu gucken? Ah, die, äh, bei mir auch, ähm, subscribt haben, also den, den Kanal mit einer Kanalmitgliedschaft, äh, subscribt haben, möchte ich gerne in meinen Projekten erwähnen. Deswegen muss ich mal ganz kurz jemanden raussuchen, um natürlich auch den hier zu benennen. Ähm, Leon E. Leon E, für dich gegrüßt, du wirst, äh, das Mudkip, dauert leider immer so ein bisschen was rauszusuchen, hatte ich jetzt gerade noch nicht offen gehabt. Der Leon ist auf jeden Fall mit am Start im Projekt. So, gucken wir uns das direkt mal an, hier. Gucken wir mal, ist das Summary? So, Mudkip, Leon E. Okay, was für ein, was für ein, äh, Dingswesen ist es? Äh, Bashful. Ja, ich weiß nicht, was Bashful ist. Also, Adamant hätte ich noch gewusst. Komm, ich sitze mal nach vorne. Ja, komm, wir machen noch zwei Kämpfe mit Tüteropi und dann ist auch, denke ich, schon langsam, äh, Feierabend. Alter, das ist ja echt krass, wie wir, äh, mit, mit den ersten Barth hier schon, äh, krass viel Zeit verbraucht. Okay. Aber es macht doch Spaß, wo sie, äh, äh, lol. Guckt ihr einfach das Pokémon an. Sweet Sands. Ist das sehr wirklich? Ach, das ist sehr, ich hoffe, das wird jetzt nicht problematisch werden hier. Das ist normalerweise Kassel. Oh, nein, oh, nein. Äh, ich rieche da etwas. Äh, sie weht, sie weht, auf jeden Fall. Oh, bitte, mein Freund. Bitte mach keine Scheiße jetzt mit Tüteropi. Danke. Okay, das sollte reichen. Wir sollten das mit Tüteropi bekommen. Wir sollten das hinbekommen. Komm, Leon. Wir können einfach nicht gegenüber von einem, von einem Leibspeise sterben. Oh, oh. Lock, du, lol. Alter, wie viel? Oh, cool. 659 für Haftpunkte, what? Der gützt auf jeden Fall nochmal ein paar Level hier. Kling, kling, kling. Er hat dann gar nicht so eine neue Attacke. Matzlap noch. Alter, der gützt sich auf jeden Fall jetzt gerade, lol. Der hat sich hart gegönnt. Warte mal, ich geh nochmal eben kurz Eigenkampf noch machen. Und dann gehen wir zum Pokéon Center und dann beenden wir das hier auch. Oh, äh. Aqua Knarre. Oder Matzlap. Matzlap oder Aqua Knarre. Warum ist er Tuck auf, äh, auf, ah, weil er Dings hat, der Brüller, ne? Das bringt uns. Äh, Aqua Knarre. Ja, ey, wir müssen da gucken. Oh, schön. Wie viel? Ah, reicht noch für ein Level ab. Jawohl. Perfekt. Oh, oh. Ne, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Beautiful. Gast. Oh, damn, das könnte uns... Oh, wir überleben es. Krass, wir überleben es. Gut. Klapp, wir kriegen nochmal ein Level ab. Alter, das läuft gerade echt gut. Aber ich muss sagen, das macht Spaß. Das macht echt Spaß, actually. Ich hab mal wieder Spaß an einem Fangame hier. Und das sieht echt interessant aus. Ich bin froh, dass wir die Randomizer genommen haben, weil wir sehen echt viele neue Pokémon. Auch gerade dieses, ähm, Pokémon mit, mit, also dieses Kastelift-Sage, saugeil aus. Mit dem... So wie die Torte, so, weißt du? Es sah auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Und... Ach, guck mal hier. Die In-Camps-Zeit wird auch nicht verändert, wenn wir, äh, speeden. Doch, wird sie. Wird sie. Aber gut. Äh, ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Dome nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Harte rein. Euer Solo zusammen mit dem Pokémon-Tutorial-TV. Yo, ciao, Leute. Wenn ihr Bock auf ein Gewinnspiel zu Pokémon-Schwert und Pokémon-Schild habt, dann folgt mir gerne mal auf Instagram. Ich würde dort nämlich bald ein Gewinnspiel starten zu den Spielen. Die Bedingungen für die Teilnahme und so weiter kommen noch in den nächsten Videos. Werde ich aber auch dann auf Instagram posten, vielleicht in der Story oder so. Also schaut auf jeden Fall gerne vorbei und lasst gerne ein Follow da. Ich werde dort auf jeden Fall jetzt mehrere Gewinnspiele machen und auch vielleicht eine Nintendo Switch am Ende verlosen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann zeigt mir das gerne auch mit einem Daumen nach oben und folgt mir gerne auf Instagram. So kann ich nämlich sehen, dass ihr Bock auf so ein Gewinnspiel habt.